Liebe Fans, neben mir steht jetzt Stefan Stangl. Stefan, Ihr Resümee zum Spiel? Ja, ich glaube wir haben super ein Spiel gefunden. Nach drei Minuten 1-0, so wie wir uns das vorgenommen haben. Und dann haben wir eigentlich das Spiel dominiert und sind dann in einen dummen Konter gelaufen und die haben es eiskalt ausgenutzt, die Chance. Und zweite Halbzeit haben wir uns dann wieder vorgenommen, dass wir aggressiv weiterspielen und die Chancen versuchen zu nutzen, was wir haben. Und das ist uns auch gut gelungen. Dankeschön. Neben mir steht Thomas Vollenhofer. Thomas Vollenhofer, Fazit zum Spiel? Ja, nach dem schnellen Rückstand haben wir uns, glaube ich, erst der Hörbzeit sehr gut zurückgekämpft. Haben gezeigt, dass wir auch durchaus mithalten können mit Rapid. Machen den Ausgleich und nehmen uns für die zweite Hörbzeit vor, dass wir nicht so starten und es passiert wieder so. Und das hat uns ein bisschen das Knack gebrochen, wie man so schön sagt. Ja, und wir machen es dann leider dem Gegner zu leicht, die Tore zu schießen gegen uns. Ja, das ist, ja, dann ist es schwierig natürlich, wenn du mal zwei, drei, vier, drei, vier, eins hinten bist, dann ist es natürlich schwer. Dankeschön. 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 Dankeschön.